Die Mitte-Rechtspartei GERB des ehemaligen bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borisov ist laut Nachwahlbefragungen wahrscheinlicher Sieger der bulgarischen Parlamentswahlen. Erste Ergebnisse werden für Montag erwartet. Es kann aber noch Tage dauern, bis die endgültigen Ergebnisse offiziell bekannt gegeben werden. Sollten die Ergebnisse die Exit-Polls bestätigen, erhält Borisov ein Mandat zur Bildung seines vierten Kabinetts. Aber es wird schwierig werden, in dem zersplitterten Parlament Verbündete für eine Regierungskoalition zu finden. Wählermüdigkeit und Politikverdrossenheit haben ein Klima geschaffen, in dem radikale politische Stimmen die vorhandene Unterstützung für den demokratischen Prozess untergraben. Pro-russische und rechtsextreme Gruppen gewinnen an Popularität. Bei der letzten Wahl im Juni gab es keinen klaren Sieger und die sieben Fraktionen, die in die Legislative gewählt wurden, waren nicht in der Lage, eine tragfähige Koalition zu bilden. Einfalt ist ein, das 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 ist ein